Nein! NEIN! Alter, einmal bezogen! Oh mein Gott! Wiedersehen. Da kommen Sie da! LA LAU 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 Tschüüüüüfs Guten Tag, schön euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Wählen, okay. Ich glaub, du wirst also KI-Spieler sein, wenn sie den Druck da stoßen wollen. Das heißt, wir müssen zusammenarbeiten. Wo wir noch überhaupt keinen Plan haben, wie es funktioniert, der läuft. Da kommen sie schon. Wer hier wieder sagt. Nein. Aua. Nein, nein. Nein, lass das. Ich will wieder Donald Trump haben. Piss dich. Oh Gott. Nein. Nein, Joke. Nein, er hält mich hier unten. Nein. Oh, scheiße. Ich hab' jetzt noch fast rausgeschickt. Nein. Nein, lass das. Okay, also irgendwie kann man noch viel verwerfen. Ich hab' die Seh'n. Ah, nein. Er fickt mich nicht mal. Lass das, lass das, lass das, lass das. Geile Versuch. Ja. Wie oft kommt er neu? Ähm. Ich denke mal, solange du oben bleibst, könnte es weitergehen. Ja, aber wir werden wahrscheinlich jetzt auch schon was neu kommen, oder? Bislang noch nicht. Ich glaub, erst wenn die wirklich hier jetzt, von ne, zumindest wen die jetzt drin waren, erstmal Alubino wechseln. Hm. Das kann sich ja ewig hinziehen. Ich brauch' Hilfe. Ich brauch' Hilfe. Sie wird festgenommen. Er schmeißt dich hoch. Wer hat er? Nein, komm. Aha, du Ficker. Ja. Jetzt fast gehabt. Ja. Ja. Hab' so rauf geguckt. So hab' ich guck' auf Sahajang am Ende. Also. Es war ja erfolgreich. Na, probier's nochmal. Wenn man das wüsste mit den Werfen. Mhm. Geht auf Y angeblich. Welches Y? Den oberen von ihm. Also, wo in der Steuerungsstand, also das Xbox Y. Aha, okay. Da, wo man jubelt. Hör' auf mich zu ficken von hinten. Weil, kitzelt mich der. Kili, kili. Kitzelt mich der. Und der Rosette. Mann, wieso werd' ich selber mal aussehen noch? Nein, lass mich hin! Gut, tschüss. Hä? Komm mit dir. Komm rüber. Du schaffst das hier ja, Bro. Ja, der kommt nochmal hoch. Ja. Velle 1 ist ab. Ja, tief mit dir. Velle 2. Jetzt kommen die Nächsten. Wir sind die Besten hier, okay. Da sind sie schon. Oh Gott, Reihe von dir. Das finde ich nicht lustig. Nein! Nein! Du Scheiße, Einer muss hoch. Oh Gott! Jetzt sind alle fünf am Glas, Junge. Äh, Kenny. Oh Mann. Fünf Spiele und alle am Glas, ey. Der kann. Wenn nicht, dann kann der Kenny. Wenn nicht, dann kann der Kenny. Am Dach, okay. Mein Hut schwebt in der Luft, ist das auch. Fangen schon mal gut an. Hör auf mich zu fisten da! Nein, mit Y schmeißt der gar nichts. Ne, mit Y schmeißt der gar nichts. Ich kau mich ja mal selber an. Mit Y. Ich frisse. Ich weiß aber nicht, ob man... Ich hab das eher alleine testen, die Oculus, als mit denen. Nein! Ich hab ja so ein Gefühl, so wie man sich auch hochhangelt, dass man auch mit so, so eine Art schwebt. Und mit X dann eher. Mit den Schultertasten und der mit dem Stick für... Ich weiß nicht. Kitzel! Lass das! Lass das! Ich hasse das! Lass das! Ne, das ist doch kein... Geil! Hör auf damit! Hör auf damit! Damit du Kitzel! Ich tritt dir doch einfach die Schüssel und haus ihm auf den Kopf! Finde doch einfach die Schüssel und haus ihm auf den Kopf. Hm. Mach kurz den Kinker. Was ist denn da drüben? Oh, ich hab da eine Frau. Wie, eine Frau? Gleich wieder runter. Wo ist denn jetzt der andere Oshida? Da kommt die drauf, oder was? Gleich. Ja, 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 ja. Scheiße, jetzt komm doch mit. Hilfe, Hilfe. Ich brauch doch Hilfe. Wieso? Ich mach mich denn mal aus. Ich lass meine Hut in Ruhe. Nein. Oh, jetzt kann er nicht ordentlich liegen. Oh, wir haben ja in den Schweiß gekocht. Oh. Der mich über die Nase fasst. Was? Ich brauch doch. Na, fecken. Das ist da so ungenau, wenn's so viel zum holen gibt. Im Greifen. Äh, hier. Ach, du bist nur Opfer. Weißt du das? Ich schau dir so aufs Maul. Das Fressbrett. Du bist nur Kopf. Kann ich beide gleichzeitig? Ne. Oh, wie zu verarschen. Ah, hier. Ach, du hörst mal drauf. Du bist nur aufs Maul. Du bist nicht gut. Du bist nicht gut. Ich muss nicht nur aufs Maul. Und das kannst du mit den Anwalt zerstören. Ja, mal schön an die Kostümette fassen, Aua! Keine Ahnung, der nocht mich auch viel besser aus, als ich ihn. Da ist die Leiter weg. Nein, lass das! Hm, wirklich ist das ziemlich gewöhnungsbedürftig. Ja. Soll ich mich killen, oder? Du kannst ja, wenn du jetzt meinst, wo ist die Leiter eigentlich? Ja, die hat ja gerade runtergekickt. Ja, Sack. Das ist ja auch langweilig, wenn du dich dabei bist. Mal sehen, wie Fußball jetzt ob 1 gegen 1 gemacht wird. Immer noch nicht. Ich sehe was aber. Dein Hut steckt in dir. Meine Frisur sieht auch so geil aus. Kann nicht sehen. Mal gut fragen. Kann mich nicht sehen. Kein Countdown, nix. Wie wir jetzt aussehen. Wir meditieren laut. Hä? Jetzt bist du doppelte Jockey. Siehst du dich auch zweimal? Nein, ich sehe nur dich jetzt neben mir. Okay. Jetzt sehe ich mich, ja. Was ist das zum Tollste? Er hat sich geklont, der verrückte Professor. Hä? Ist das Spiel eigentlich immer noch in der Early Access? Ich glaube, mit dem Fußball-Modus kannst du verjessen. Ja, schaut so aus. Nicht mal mit dem zweiten Jockey. Vielleicht kann der zweite Jockey das machen. Der steht auch nur dumm rum. Der macht dasselbe wie du wahrscheinlich. Nur blau. Ja. Okay. Muss nur raus. Okay, jetzt ein anderer Modus. Der doppelte Jockey. Können wir weh sein? Hm? Können wir weh sein? Ich kann ihm üben. Hm. Oder er macht die Sam Sachen wie dumm. Er steht nur dumm rum. Komm her. Er ist scheinbar runter. Nein. Er musste noch wegklopfen, Jockey. Und dich besser anstellen als ich. Zum Beispiel so. Er hat seinen Doppelgänger beseitigt. Ich will mal hier reizen. Schau. Guten Tag. Hey, wo sind sie? Schau dir die süßen. Wo sind sie? Wui. Aua. Ohlala. Was mach ich denn da? Hä? Äh? Versteh ich nicht. Ich hab auch gedacht, dass bei mir hier B ist. Oh shit. Guck mal mich an, Jockey. Uuuh. Ohlala. 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 Ich dachte so, dass ich vielleicht mehrmals zu spät oder zu spät versucht hab. Wiedersehen. Da kommen Schilder. Schau. Ohlala. Ohlala. Der ist ein dankbares Opfer, der Typ. Ah. Wo du deswegen dich aktiv entfernen. Achso. Weil der andere nichts macht. Deswegen glaube ich. Hm. Achso, müssen wir den irgendwie rauskriegen, ja. Achso. Jetzt wahrscheinlich. Okay. Okay, dann mach ich neu auf. Jogges, zu meinen Persönlichkeit entfernen. Wie auch immer der entstanden ist. Ja, mitkommen. Ja, Baby. Erst einmal das Gelande aufwaschen. Du kommst mit? Du kommst mit? Du kommst mit? Ich hab dich gefußt. Nein, nein, lass das. Und tschüss. Zeit zu gehen. Hey, unfair. Da läuft er weg, die Folge ist so. Ich hab hier noch ein Geschenk für dich. Bist du schon weg? Hm? Ich hab hier noch ein Geschenk für dich. Ja. Ja. Bist du schon weg? Ich hab hier noch ein Geschenk für dich. Wo bist du denn? Gleich, damit schlag ich dich jetzt kaputt. Nee. Aha. Du tschüss. Jaa ideaa. Hee, jaa. Warte. Warte. Aua. Aua. Apropos Batz. So wird's gemacht, mitkommen. Aua. Raus, 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 raus. Gib's eins auf den Batz. Na komm, du Loser, raus mit dir. Der Officer-Fatz. Scheiße. Officer Rick Grimes. Das ist der Beste. Don't fuck with the Officer. Skandal. Das macht euch mal einen Videoanschluss zur Steuerung. Lalalalalalalala. Tschüss. Er hat's echt gemacht. Ich dachte ganz vorsichtig drüber laufen. Dann kommt der Jockel. Ich bin zu fett. Ich bin zu fett. Loser. Ich bin zu fett. 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 Und wer auch immer jetzt gerade Punkte gemacht hat. Eh.. Meine Einer. Ne aber.. Dann war die KI vor dir! Okay. Jetzt hat die KI gleichviel Punkte wie du. Mhm. Wie auch immer das geht. Haste 3 und? Wie hier Gaute. Hut! Wenn jetzt der Grüne noch dabei ist, also von vorhin, wie seht ihr auch nicht? 5 Punkten. Hier, nimm mal nen Hut. Nein, was? Du Arsch. Das wäre nur ein Release-Ende. Ich kontrolliere, Bro. Wo geht's denn dahin? Wiedersehen. Da kommt ein Schein da. Da kommt ein Schein. Da kommt ein Schein. Da kommt ein Schein. Da kommt ein Schein.